Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung der Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Willkommen beim Geld und guten Abend. Fast täglich liest oder gehört man in den Medien heute von Cybergefahren. Oft sind Unternehmen davon betroffen, werden gepresst und sind mit hohen Schäden konfrontiert, wenn sie die Bedingungen der Täter nicht erfüllen. Durch die Digitalisierung nehmen Cyberangriff weltweit stark zu. Immer häufiger kommt es auch zu Cyberangriff gegen Privati. Hacking, Malware oder Phishing richten sich vermehrt ebenfalls gegen Privatpersonen. Kriminalstatistiken zeigen, auch in der Schweiz verlagert sich Kriminalität, zunehmend ins Internet. Rund 30 Prozent von allen Straftaten findet heute in der digitalen Welt statt. Besonders häufig kommt es im digitalen Raum zu Betrugsdelikten. Wie soll man mit Cyberrisiko umgehen und wie kann man sich auch als Privatperson gegen Cyberkriminelle schützen? Darüber reden wir jetzt mit Silvair Dageli, Hundeberater bei der Helvetia Baden. Gerade im November wird mit dem Black Friday und mit dem Cyber Monday von vielen Anbietern so ein wenig das Online-Shopping richtiggehend gepusht. Auf was muss man gerade beim Shop im Internet punkto Cyberrisiko besonders achten? Ja, da ist es natürlich wichtig, dass man auf etablierte Online-Shops setzt. Der Kauf sollte über eine gesicherte Verbindung abgewickelt werden. Das erkennt ihr unter der HTTPS-Anfänge, am Anfang von den Browserzeilen und unbedingt zu klein gedruckt noch lesen. Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden wie Rechnung oder Kreditkarten oder andere Zahlungs-Service wie Paypal oder Twint. Besonders wichtig, die Zweifasen-Authentifizierung. Falls man dennoch Opfer werden von einem Betrug, unbedingt die Bank oder das Kreditinstitut informieren, die können unter Umständen noch die Rechnung stoppen und überprüfen sie auf jeden Fall ihre Bankkonten oder die Auszüge der Kreditkarte regelmässig und sehr sorgfältig. Welche weiteren Tipps geben Sie im Umgang mit Cyberrisiken auch bezüglich Ransomware? Ransomware steht für noch ein Schadprogramm, das den Zugriff auf Ihre Daten und Systeme einschränkt oder unterbindet. Für die Freigabe wird dann ein Lösegeld, also offendlich Ransom verlangt. Also machen Sie da regelmässig Backups von Ihren Daten, installieren Sie Software-Update, Antivirus, Antimal-Software, aktivieren Sie die Feierwahl und so weiter. Am besten ist es natürlich, wenn es gar nicht zu einem Cyberangriff mit Ransomware kommt. Sind Sie auf jeden Fall kritisch mit unbekannten E-Mail-Adressen und klicken Sie dort keine Links und Anhänge an. Auf die gleichen Sicherheitsmassnahmen gelten selbstverständlich bei den Smartphones. Gefahren drohen auch, wenn Kinder im Internet Games kaufen und natürlich die Kreditkarte der Eltern nutzen. Wie kann man sich da auch vor Angriff schützen? Ja, da gibt es spezialisierte Kindersicherheitssoftware, mit denen Sie den Internetzugang der Kinder einschränken oder überwachen können. Verwendet Sie für Ihre Geräte starke Passwörter und richten Sie für Kinder spezielle Gästekonten mit eingeschränkter Berechtigung. Lassen Sie auf jeden Fall Kreditkarte sperren lassen, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas passiert ist. So können Sie im Missbrauch vorbeugen. Auch in den Internetkriminellen dank Präventionsmassnahmen oft nicht gelingen, direkt Geld von unseren Kunden abzügele, sind Sie auch an privaten Daten interessiert. Die lassen sich im Internet einfach stellen. Das können Fotos sein und private Videos oder Passwörter und sonst private Daten, die Täter weiterverkaufen oder selber nutzen, um über gestohlene Identitäten im digitalen Raum damit Geld zu machen oder andere Opfer zu betrügen. Immer häufiger kommt es auch bei uns zu Cybermobbing, also zur Belästigung, Bedrängung, Verlündung oder Bloßstellung von anderen Menschen über digitale Medien. Schützen kann man sich gegen all das mit einer Cyberpolize für Private. Was beinhaltet die? Ja, die Cyberversicherung schützt bei diversen Schäden und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Cyberkriminalität. Also wenn z.B. Hacker ihre digitalen Daten oder Software beschädigen, wenn sie Kreditkarten oder Kontodaten missbrauchen, wenn ihre Identität im Internet missbraucht wird oder wenn ihre Internetdomäne von Unberechtigten genutzt wird und sie dadurch geschädigt werden. Inwiefern hilft dann so eine Cyberpolize auch, wenn man eben finanzielle Schäden hat? Einerseits will einem die kriminelle Kontoräume beispielsweise oder wenn über eine falsche Identität finanzieller Schaden entsteht? Also da gibt es die Rückerstattung im versicherten Umfang von der Versicherungspolize, wenn eben so Kreditkarten oder Bankdaten-E-Banking-Schäden entstanden sind. Die finanziellen Folgen, wo sie durch die Internetnutzung auch anderen Kunden gegenüber zufügen oder Kosten für die Wiederherstellung und Beschädigung von Daten im Umgang von der versicherten Leistung. Welchen Schutz bietet Cyberversicherungen gegen Cybermobbing auf den diversen digitalen Kanälen? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Zusätze, die zum Tragen kommen. Die Cyberversicherung schützt, wenn sie Opfer von Cybermobbing werden und persönlichkeitsverletzende Inhalte geändert oder gelöscht müssen werden. Auch bei Rechtsangelegenheiten, also wenn sie rechtlich vorgehen wollen, hilft ihnen da die Cyberversicherung. Die Hauptbotschaft, die ich Ihnen hier geben kann, wir erledigen heutzutage immer mehr online und geben dabei viele von unseren Datenpreisen. Das erhöht das Risiko für Cyberkriminalität. Mit dem Cyberschutz sind sie finanziell abgesichert, für den Fall, dass sie Opfer von Internetbetrugern werden. Danke vielmals, Silbert Daggerli. Viele träumen vom eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung. Wohneigentum ist aber teuer und die Voraussetzungen um eine Hypothek überzukommen sind strang. Im Geld zeigen wir das nächste Mal, welche Möglichkeiten man hat, um die Eigenmittelvorschriften zu erfüllen, was bei einem Erbvorbezug oder Medaille aus dem Privatbereich zu beachten ist und reden über die Vor- und Nachteile, wenn man für den Erwerb von Wohneigentum auf Gelder aus der zweiten oder dritten Säule zurückgreift. Einen schönen Abend und ein sehr holsames Wochenende. Suisse Canto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.